Jetzt wissen wir also, warum die Bauern auf dem Schachbrett, also 80% der Menschen, nie wirklich vorankommen. Das ist wegen den wiederkehrenden hohen Ausgaben, die das Vorankommen fast unmöglich machen. Der Sparanteil von Deutschen und Österreichern bewegt sich so zwischen 10 und 20% des Einkommens, also 300 bis 600 Euro im Monat. In einem Jahr sind das 3.600 bis 7.200 Euro. Und mit einer sehr guten Rendite könnte man so in 100 Jahren zur ersten Million kommen. Whoop-de-Boo!